Wie arbeiten eigentlich Projektmanager im Jahr 2030? Ist ja gar nicht mehr so lang hin und ich muss sagen, die Zeit vergeht wirklich schnell. Wenn dich interessiert, wie du vielleicht in gar nicht mal so vielen Jahren deinen Projektalltag bestreiten wirst, dann bleib auf jeden Fall dran in dieser durchaus etwas unterhaltsamen, hoffentlich, Episode. Herzlich willkommen beim Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Welcome to the best Project Management Podcast, Projekte Leichtgemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte Leichtgemacht Podcast. Heute gibt es mal eine etwas außergewöhnliche Folge und zwar haben wir vor mittlerweile einigen Jahren einen Artikel geschrieben über die Arbeit von Projektmanagern im Jahr 2030 und die Digitalisierung der Arbeitswelt. Jetzt habe ich mit Schrecken festgestellt, dass die Zeit ziemlich vergeht und trotzdem ist der Artikel unterhaltsam und einfach zu schön, als dass ich ihn nicht auch als Podcast mal aufbereiten möchte. Wir schauen also in dieser Episode mit einem gewissen Augenzwinkern mal in die Zukunft, werfen einen Blick in die Kristallkugel und fragen uns, wie denn die Arbeitswelt von so einem Projektmanager aussehen könnte. Schönes Thema, denn, Achtung, Achtung, Projektleiter haben es dann nämlich viel leichter. Im Grunde genommen können sie komplett die Füße hochlegen und dürfen sich mit den angenehmen und entspannenden Dingen des Lebens beschäftigen. Wir begleiten also in dieser Episode einen Herrn namens Herr Futurist durch einen typischen Arbeitstag und schauen mal, wie dieser Tag so abläuft. Ich werde das in dieser Episode so machen, dass ich den Artikel, den wir auf unserer Webseite haben, einfach mal vorlese. Sieh das also als eine nette Geschichte an, die du vielleicht auf dem Arbeitsweg oder wo auch immer vorgelesen bekommst. Viel Spaß! Wir beginnen mit dem Weg zur Arbeit im Jahr 2030. Der entfällt nämlich. Büros sind komplett oldschool. Stattdessen ist vieles möglich, nicht nur Homeoffice, sondern auch Beachoffice oder Gardenoffice. Jeder Projektmanager kann sich entfalten und frei wählen, wo er arbeiten möchte. Äußerst praktisch? Herr Futurist muss sich nicht einmal umziehen und kann in Schlappen zum Frühstück in die Küche schlurfen. Sein virtueller Assistent, Alexus, schlägt ihm prompt mit gewohnt überfreundlicher Stimme ein auf seinen Biorhythmus abgestimmtes Frühstück vor. Die Aktivierung dieses Gesundheitsmoduls wird von seinem Arbeitgeber erwartet. Kerngesund und leistungsfähig soll er schließlich sein. Herr Futurist kann das nur zu gut verstehen, doch insgeheim mag er es eher süß. So mischt er auch heute wieder heimlich etwas Zucker in die Haferkleie. Da schmeckt es doch gleich viel besser. Sein virtueller Assistent legt ihm den Plan für den Tag vor. Herr Futurist stellt fest, dass das System noch immer nicht gelernt hat, dass der Hund bei diesen heißen Sommertemperaturen nur eine kürzere Runde drehen will. Seine genervten Versuche, dies Alexus beizubringen, führen jedes Mal zu einem überfreundlichen Ich verstehe leider nicht, kannst du dir das bitte noch einmal neu formulieren? So benötigt er eine halbe Stunde, diesem umständlichen Konfigurator händisch einzustellen. Aber geschafft. Jetzt kann er zumindest den Rest des Tages seine Zeit besser ausnutzen. Das Projektmeeting im Jahr 2030 Internationale Projekte sind heutzutage so viel einfacher. Herr Futurist erinnert sich noch gut an die alten Zeiten, in denen es alle auf Englisch versuchten. Nur um dann immer wieder festzustellen, dass niemand die Nuancen der Muttersprachler wahrnahm. Die Deutschen, die Inder nicht verstanden und die Texaner, die schotten genauso wenig. Da ist die moderne Technik wahrlich ein Segen. Herr Futurist setzt sich schnell die VR-Brille auf und schwupps sitzt er in einem virtuellen Besprechungsraum. Best Easy VR heißt das System ganz kreativ. Herr Futurist sieht die anderen Teilnehmer so, als würden alle gemeinsam am Tisch sitzen. Trotz Schlappen und verwaschenem T-Shirt erscheint er vor den Augen der anderen Teilnehmer modern und professionell gekleidet. Seit einem Jahr bezahlt er außerdem aus eigener Tasche ein Abo für das Beauty-Plugin der VR ab. Eine Investition, die sich gelohnt hat. Herr Futurist hat damit seinen Bauchumfang retuschiert und die Schultern verbreitet. Sein Standard-Avatar, der auf einem Körperscan beruhte, sah wirklich nicht sehr vorteilhaft aus. Gesprochenes im Meeting wird simultan übersetzt, als würde jeder alle Sprachen verstehen und sprechen. Fehlen nur die Plätzchen und der Kaffee. Schade eigentlich. Nach einem kleinen Missverständnis der automatischen Simultanübersetzung vor zwei Jahren, inklusive eines resultierenden Millionenschadens, wird seitdem zur Sicherheit alles aufgezeichnet. Im Anschluss von allen Teilnehmern gegengelesen und abgesegnet. Leider kommt Herr Futurist heute wieder einmal nicht ohne mehrere Korrekturschleifen aus. Der Tagesplan passt damit vorn und hinten nicht mehr. Es muss einmal wieder improvisiert werden. Einen Projektbericht schreiben in 2030. Zum Glück kann er Zeit an anderer Stelle einsparen. Die früher so aufwendigen Projektberichte flattern vorgeneriert in sein Postfach und müssen in der Regel kaum angepasst werden. Zumindest, wenn er bei den Fakten bleiben will. Das einzige wirkliche Manko? Seit dem letzten Update der Software entscheidet künstliche Intelligenz über die Farbe der Statusampeln. Herr Futurist flucht leise vor sich hin. Von wegen Intelligenz. Der automatische Bewerter hat wieder einmal nicht alle komplexen Zusammenhänge erfasst und bestraft ihn mit einer roten Ampel beim Teilprojekt 3 Konstruktion. Ja, er hat das Budget und die Deadline in Teilprojekt 3 gerissen. Doch der so generierte Mehrwert wird in der Pilotproduktion deutliche Einsparungen bringen. Warum ist das nicht eingepflegt, wenn man nicht alles selbst macht? Herr Futurist seufzt und öffnet das Kommentarfeld der Ampel. Unfassbar, dass er jetzt auch noch einen ganzen Roman zur Begründung schreiben muss. Und was, wenn seine Auftraggeber wieder einmal die Kommentarfelder nicht lesen? Erfahrungsgemäß wird oft nur die erste Seite geöffnet und das Kleingedruckte nicht durchgelesen. Ärger ist vorprogrammiert und viel Zeit für die ganzen vorwurfsvollen Rückfragen. 15 Minuten später blättert Herr Futurist weiter durch die Details der Teilprojekte. Doch Moment, was ist das? Einige der Seiten sind bis auf den roten Schriftzug Missing Data komplett leer. Er erinnert sich, die Marketingabteilung sitzt in Korea. Auf deren Server konnten seit einem Jahr keine Updates der Projektmanagementsoftware mehr aufgespielt werden. Niemand weiß, warum sich Hard und Software dort nicht verstehen. Vermutlich der Preis der Komplexität. Für einen neuen Server gab es leider kein Budget. Herr Futurist ist langsam aber sicher genervt. Jetzt muss er heute auch noch die Daten aus Korea in Tabellenform anfordern und anschließend per Hand einpflegen und den Bericht neu erzeugen lassen. Wegen der Zeitverschiebung kann es sein, dass er die Daten allerdings erst morgen erhält. Herr Futurist fragt sich, ob Sie vielleicht den Anbieter Ihrer Projektmanagementsoftware wechseln sollten. Die aktuelle hat einfach zu viele Fehler. Und jede zweite Woche gibt es ein Update, welches alles verschlimmbessert. Doch Herr Futurist kann gut verstehen, dass ein Unternehmen diesen Schritt scheut. Es gibt leider immer noch keine klaren Standards für die Datenformate, sodass ein Wechsel der Software oft einen Riesenaufwand bedeuten würde. Nur zu gut weiß er, wie kompliziert alles wird, wenn in einem seiner Projekte externe Partner dabei sind, die die Software anderer Hersteller verwenden. Das tägliche Klein-Klein im Jahr 2030 lässt Herrn Futurist entspannt durchatmen. Alles läuft problemlos. Aufgaben werden automatisch an Teammitglieder verteilt, selbstverständlich abhängig von Qualifikation, Komplexität der Aufgabe und Ressourcenverfügbarkeit. Er liebt sein Cockpit, auf dem er in Echtzeit Fortschritte und Aufwände überwachen kann. Berichte und Abrechnungen werden ohne sein Zutun erstellt. Er muss sich um kaum etwas kümmern. Moment! Eine Nachfrage aus der Buchhaltung, per Telefon. Wie kann eine Abteilung heutzutage noch wie im letzten Jahrhundert arbeiten? Herr Futurist verbringt die Zeit bis zum Mittag, um eine Buchung auf sein Projekt nachvollziehen zu können. Hierfür muss er in die Tiefen seines Projektsystems abtauchen, mit denen er sonst nicht so viel zu tun hat. Besonders die Filterfunktionen im Controlling-Modul sind ihm ein Rätsel. Er sucht im Firmen-Wiki nach einer Antwort, vergebens, denn dieses Thema ist dort nicht eingepflegt. Eine halbe Stunde später wird er in einem externen englischsprachigen Forum endlich fündig. Die Lösung ist im Grunde einfach, nur schrecklich unlogisch und gegen alle Intuition. Manchmal sehnt er sich nach einem langweiligen Papierordner oder zumindest nach einfachen Excel-Tabellen zurück. Die Mittagspause im Jahr 2030 Nun muss Herr Futurist doch einmal nach draußen. So sehr er seinen Homeoffice-Platz mit Schlabberlook und Schlappen auch mag, er muss unter Menschen. Da es vielen ähnlich geht, trifft er sich mit Gleichgesinnten in einem Bistro zwei Straßen weiter mit Fremden zum Speedtalk. Die Ab-Lunch-Date sucht ihm einen passenden Gesprächspartner heraus und schlägt anhand der Interessensprofile Themen vor, über die geredet werden sollte. Ihm gegenüber sitzt heute ein Blasser mit 30er. Zeit ist wertvoll, deshalb blendet die App erste persönliche Informationen wie Vorname, Hobbys und Stimmungslage über seine Augmented-Reality-Brille ein. Aha, Kevin ist übermüdet. Na, das hätte er auch ohne die App bemerkt, denkt sich Herr Futurist. Das Gespräch kommt irgendwie kaum in Schwung. Musik der 80er hatte Lunch-Date vorgeschlagen. Doch Kevin hat davon nicht die blasseste Ahnung. Es stellt sich heraus, dass er in seinem Interessensprofil einfach alles angekreuzt hatte, weil er keine Lust hatte, sich die Texte durchzulesen. Außerdem hat Kevin eine Pizza bestellt. Hat sein Gegenüber etwa kein Gesundheitsmodul aktiviert? Ha, dann zahlt er sicherlich deutlich höhere Gesundheitsabgaben. Herr Futurist ist trotzdem neidisch und schaut traurig auf sein Müsli mit Joghurt. Immerhin, zumindest mit Himbeeren. Ein Vorstellungsgespräch im Jahr 2030. Nach der Pause wird es unterhaltsam. Herr Futurist liebt Vorstellungsgespräche. Vorab hat er einen ausführlichen Bericht über den Kandidaten erhalten. Altmodische Bewerbungsunterlagen sind unwichtig. Es zählen der Integrity Score, Competence Score und das Auftreten im Videointerview. Die beiden sitzen sich bei Kamera gegenüber und Herr Futurist stellt erneut fest, dass verbale Fähigkeiten, besonders bei jungen Bewerbern, immer mehr zu wünschen übrig lassen. Wie der nuschelt und auf dem Stuhl hängt. Trotzdem macht der Kerl sonst einen guten Eindruck. Sie werden ohnehin überwiegend schriftlich kommunizieren. Da sich die Projektmanagementsysteme extrem zwischen Branchen und Unternehmen unterscheiden, punktet der Bewerber mit seiner Erfahrung in verschiedenen Branchen. Solche Leute kann Herr Futurist gut gebrauchen. Kurz vor dem Abschluss des Gesprächs bricht aus unerklärlichem Grund der Ton zusammen und lässt sich nicht wiederherstellen. Zum Glück erst jetzt. Das Wichtigste war ja gesagt. Herr Futurist nickt heftig in die Kamera und hebt den Daumen. Der Bewerber zuckt jedoch nur ratlos mit den Schultern. Hat er verstanden, dass er den Job bekommt? Herr Futurist winkt kurz und beendet die Verbindung. Egal. Er wird ihm morgen gleich einen Zeitvertrag über ein halbes Jahr zuschicken. Eine Festanstellung hat auch er schon selbst seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Unvorhergesehenes im Jahr 2030 Plötzlich spürt Herr Futurist ein Vibrieren am Handgelenk. Verdammt. Er eilt zu seinem Computer und sieht die Bescherung. Ein wichtiger Testlauf des neuen Systems ist fehlgeschlagen. Der Projektstatus wurde oft kritisch gesetzt. Er erhält ratlose Meldungen der Teammitglieder vor Ort. Wo ist nun die Technik, wenn man sie mal braucht? Hektisch überfliegt Herr Futurist die übermittelten Testdaten und überlegt, er könnte jetzt über den Zahlen brüten oder dem abwegigen Impuls folgen und zu seinem Team vor Ort fahren. Kurz darauf sitzt er in seinem selbstfahrenden Wagen und freut sich, während der Fahrt bereits genau auf die Daten schauen zu können. Heute hat er zum Glück seine ID-Karte dabei. Das letzte Mal vor einem Monat hatte er diese zu Hause vergessen. Der Pförtner kannte ihn gut und hatte ihn daher auch ohne ID auf das Betriebsgelände gelassen. Doch die anwesenden Teammitglieder in der Werkshalle kannten Herrn Futurist nur aus den virtuellen Besprechungen, mit geschöntem Bauch und breiteren Schultern. Diese riefen sofort den Sicherheitsdienst und es gab lange Diskussionen. Der Feierabend im Jahr 2030. Es ist spät geworden, was der Personalabteilung zweifellos gemeldet wird. Herr Futurist wirft einen Blick auf den Tagesplan von heute Morgen, der nur halbwegs funktioniert hat. Zu groß waren die Störungen, zu langwierig war die Problemlösung am Testsystem vor Ort. Zu allem Überfluss hat er erfahren, dass an einem Arbeitspaket aktuell niemand arbeitet, da sich ein Abteilungsleiter außerhalb des PM-Systems zwei Mitarbeiter unter den Nagel gerissen hat. Nicht einmal auf sein Cockpit im Homeoffice kann er sich verlassen. Er nimmt sich vor, regelmäßig selbst nachzuprüfen, ob alles so läuft, wie es den Anschein hat. Zusammengefasst. Ist das alles eine abwegige Zukunftsvision? Vielleicht. Zu negativ? Nun ja, vielleicht etwas übertrieben haben wir das. Wir sind uns sicher, der beschriebene Arbeitsalltag, der wird vermutlich nicht komplett in dieser Form eintreten. Es wäre ziemlich anmaßend, alles anderes anzunehmen. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass Digitalisierung und neue Technologien unser Arbeitsleben wesentlich beeinflussen werden und uns verändert werden. Es werden bestimmt verschiedene Alltagsaufgaben vereinfacht werden. Vielleicht verschwinden sie sogar. Dafür werden auch wieder andere hinzukommen. Zweiter wichtiger Punkt. Die Veränderungen, die werden uns neue und wirklich gute Lösungen für alte Probleme bieten. Doch es werden auch neue Probleme geschaffen, die sich direkt aus der Digitalisierung selbst ergeben. Vielleicht sind das Probleme, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Oder auch bekannte Probleme, die sich nur in einer neuen Form darstellen. Ganz klar ist, die Technologie, die wird immer komplexer werden und auch unsere Projekte werden komplexer werden, obwohl sie das natürlich schon immer waren. Alles, was komplex ist, läuft einfach niemals störungsfrei. Deswegen sind wir uns sicher, dass es auch in Zukunft trotz aller Automatisierung und Digitalisierung genug zu tun geben wird für Projektmanager. Denn komplizierte Herausforderungen, unvorhergesehene Probleme und Krisensituationen, die werden immer wieder erfordern, dass ein Mensch in die Sache eingreift. Ganz zu schweigen von diesen banalen Dingen wie zwischenmenschliche Probleme und Missverständnisse, die, zumindest bisher, keine Maschine dieser Welt auflösen kann. Ja, was lernen wir daraus? Die Rolle von so einem Projektleiter, die bleibt die gleiche. Das ist der Steuermann, das ist die Feuerwehr und der Notarzt und das alles in einem. Und das ist er jetzt und das wird er auch zukünftig sein. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen, eine Episode der etwas anderen Art. Ich hoffe, sie hat dich auch motiviert und dir klargemacht, wie wichtig die Rolle des Projektmanagers, des Projektleiters jetzt ist und auch in der Zukunft sein wird. Falls du gut aufgestellt sein wirst für die Zukunft und aufgestellt sein willst, dann bleib dran, lies gerne in unserem Blog, melde dich zum Newsletter an, höre weiter Podcast-Episoden und wenn du es richtig wissen willst, dann absolviere die Projektmanagement-Ausbildung auf unserer Lernplattform der ITTP. Dann bist du wirklich gut aufgestellt, dann kennst du nicht nur Grundlagenwissen, sondern kannst viele Methoden auch richtig anwenden. In diesem Sinne, Links findest du wie immer in den Shownotes. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin.